Im antiken Sparta wurden alle Babys nach der Geburt von den Ältesten auf Mängel begutachtet. Wenn Unvollkommenheiten entdeckt wurden, hat man es ausgesondert. Kommt jemand ohne Dino durchs Wüstens Stargate in 5 Minuten oder so? Ich hab Pilze und Blumen von den Duty-Looten, dann können wir kippen. Es ist gleich, wenn einer kommt. Wir können gleich auf Sieg spielen. Wenn wir zu viert oder so, oder zumindest zu dritt da sind, dann haben wir gute Chance. Hauptsache, jemand die Steine setzt sich drauf. Ghost, bist du da? Der bleibt überall stehen. Los, bring halt ins Wasser. Ja, geht ja nicht. Wir sind da. Wir sind da, Christian. Sag uns die Korn. Geht das denn nicht? Der ist doch so schnell im Wasser. Ja, südlich. Der Wegst du nach Süden. Süden ist meines Erachtens ja in die Richtung, ne? Falsche Richtung. Ja, voll wenig Holz. Ja. Die Richtung, oder? Jaja, das ist richtig. Also, der große Pinökel muss links von dir sein. Ah, ich seh dich da vorne. Da vorne ist er. Da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Rechts von Genici, du läufst gerade in der Wand hoch, ne? Oh Gott. Oh ja, hier rechts von mir ist ja ein anderer Player am Saber. Neu. Ja, den hab ich auch gerade gesehen. Ah, ist Dodo. Ich hab halt mir nichts Weißer. Alter, ich hoffe, der Theokilio braucht nur einschlag und ich dann tot, gell? Ja, also, wir sind hinter dir. Unten, also eine Ebene weiter unten, ne? Den Tabertum hab ich unten. Christian, der kommt nicht mehr weg. Den hab ich. Ja, ich hab den anderen Theokilio ganz oben auf dem Berg drauf gesteckt und so in der Feldspalte rein. Der hat auch gar kein Leben. Der hat auch einen Strich neben. Dann geh ich grad zu dem hier und bevor es auf ihm landen ganz schnell die Pakete ein. Ja? Ja? Rechte Taste. Maustaste. Wieso? Nein, mach ich nicht. Ich will nicht. Der Typ in dem Rex kommt. Der Rex kommt ja los nach oben. Schade. Ich weiß, dass da passiert. Ich bin doch nicht dumm. Ah, mit der Seiken. Ich nehme den Plus mit zum Farm. Holzfarm. Ja, schafft ihr die zu töten oder lenkt ihr die ab oder holt ihr von den anderen? Mit der Ebene seid ihr denn ganz oben? Ich kann aber nur einen Theokilio heimbringen. Soll ich mal die Biber holen hier? Ja, die war sehr geil. Ja, aber ich hab dann andere... Ich hab das Mann Dödi jetzt gebrannt. Wo können wir uns denn treffen? Dann nehm ich den Theokilio... Ich teile, ich remote den ein bisschen, dass er einen Schuss überlebt. Ich beschäftige die hier ein bisschen, ja? Bleib ganz oben, Ghost. Auf der obersten Ebene. Ja. Ich bin auf der obersten Ebene, genau da, wo du gerade eben hochgelaufen bist. Auf der obersten Ebene. Ghost, pass auf, da ist der Rex hinter mir! Papa! Lauf! Ich bin hinter dir, Jivo. Der Rex hat doch eh keinen Stein, ne? Ja, der Rex hat doch eh keinen Stein, ne? Ja, der neue Ghost hat schon ohne Rex kommen. Werpix, du könntest halt in die andere Richtung laufen, ne? Halt nicht so, dass... Ich weiß halt... Okay, ich seh den Rex. Ja, lauf, 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 wenn du nach oben guckst, lauf links. Lauf zum Pillar. Ey, das soll, er sieht mich glaubt, ne? Also da, wo der Rex hier jetzt hinläuft, oder da wo der Schwein ist vom Rex? Wenn du runter guckst, dann mehr dann läuft nach rechts. So weglocken, mehr gucken, rechts laufen. Ich lock ihn hier an den Rand, wenn's halt beschäftigen. Ja, er sollst ihn mehr... locken dich noch mehr, bitte, wenn's geht. Oder ihn mal runter vom Rex hier. Ja! Nein! Beschäftig ihn mit... Ey, ihr lockt dich gerade weg und mischt in die schlechte Rakete ein, ey. Evo. Warte. Bist du noch bei denen? Ja, ihr schnitt ja mit Frosh. Der hat Rocket Launcher, der Frosh. Pass halt auf. Ja. Okay. Ey, ich verstehe dir. Ey, ich verstehe dir die Bilder. Haut die ab jetzt! Ich kann nicht nachhauen, wenn keiner, wenn keiner von euch ohne Tiere bei mir ankommen kann. Wo bist du denn immer noch, lol? Gauß ist ex... Gauß ist ex... Gauß ist ex... Ja, hier wo... Bist du jetzt auch bei dem ganzen Haufen, der da rumrennt, oder woanders? Ja, ich bin woanders. Okay, kannst du mir dann sagen, wo du bist? Dann kann ich zu dir... Ja, aber ich bin halt ziemlich nah dran. Und das Vieh ist halt auch ziemlich nah dran an denen. Es ist nur Lack, dass die es nicht finden. Okay, aber das ist auf jeden Fall an dem Pillar. Da, wo ich hochlaufen bin, da ist ganz in der nächsten Felsen, ganz oben. Äh, ne, da gibt es halt leider drei Felsen, aber... Oh, da steht ein Tier hier oben drauf. Oh mein Gott, ey. So, ich bin jetzt nicht... Neon-Frosch? Ja, ich hab... Da krieg ich noch ein Meer, wenn es geht. Ja, wir haben die... Den Frosch und den Wax grad. Ja, aber ihr lockt die ja nicht weg. Die sind ja genau... Die folgen uns ja nicht richtig. Lauf da einfach links runter und haut ab. Um Meer, oder was? Ja, da ist ein Gegner, der Tier-Codeo, der steht ganz oben aus dem Felsen drauf. Der wird gleich den anderen... Der wird den unser Tier-Codeo noch finden. Gauß, du bist und du? Äh, welcher Felsen? Der allergrößte Felsen, den es auf der... Ah, ich bin links neben dir. Okay. Komm mal mit. Okay, wir locken die in Richtung Meer. Komm, Hero. Der müsste... Der müsste fast dann hier... Wie, die zum Meer? Hero läuft doch nicht in die Augen? Ja. Ja, ich lockste zum Meer. Versuch, Rapp, ich hinter dir ist doch noch einer mit dem Saber. What? Ja. Bin hier irgendwo hingestellt? Da ist der mit dem Saber. Ja. Wo bist du denn hier? Ah, ja, okay. Ja, ist cool. So, jetzt kommen sie alle. Locke sie jetzt zum Meer. Ja, aber... Geh nicht ins Meer, da hast du keine Chance. Hä, what the fuck? Ich kann keine B anessen gerade. Kommst du runter, Rappix? Dann krieg ich Falschschaden. Alter! Du kannst ja in Schlafzeit legen. Die Shaysen dich doch jetzt. Ja, natürlich, aber ich... Oh. Ey, spring doch einfach langsam runter. Geh doch langsam die Kante runter. Das ist doch nicht so schwer. Ich wusste nicht, dass man da... Immer noch. Oh, ey. Hier ist noch ein Spieler mit... Hier ist noch ein Spieler. Alter, ihr wird vier Stück, oder was? Ja, eben. Deswegen sag ich doch. Wir haben jetzt vier Leute bei uns. Ich hab gesehen, wie jetzt drei Leute wegschaysen. Da hab ich eine Artete von hinten gekriegt. Das ist voll kacke. Pass auf, hinter ich muss Stamina wagen. Hm. Da kommen ja nur normale Viecher. Da kommt der Typ mit dem Paper wieder. Kack, das kann ich auch nicht essen. Alter. Ohne Mist, ne. Ich bin so... Dann leg halt nen Schlafsack auf den Boden. Ja, ich hab keinen Schlafsack. Keine... Und ich hab auch keinen Heid. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ja, alles. Rebex, du hast alles hinter dir. Hau an. Fiber hast du doch wohl gefunden, oder? Nee, auch nicht. Okay, ja, warte. Ich steh vor Fiber. Ich brauch halt Heid, so. Ja, bist du doch da, wo ihr dich zuletzt gesehen habt? Äh, ja. Ich hab dich sogar gerade hier rumspringen gesehen. Da, wo wir uns gerade getroffen haben. Ja, ja. Was kommst du da an? Es gibt da nen Gegner schon Tierkollegung, gell? Ja. Ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich weiß nur was... Nicht nur mit Zerber und Zerber unterwegs. Ja, und... Ja, ne Ahnung. Ihr müsst jetzt halt bald nach Hause. Ich habe mit einer meiner Blocken... Ja, ich such gerade nen scheiß... Ich hab den scheiß Feldschwert reingestellt. Okay, danke. Seid nicht. Es ist halt auf, sie snipen hier, ne? Ja, ja. Die bleiben hier einfach stehen. Fuck, er ist ja zu spät. Der Raptix hinter dir ist wieder der Saber? Der ist vor mir. Ach, der ist vor dir? Der rennt weg, lol. So. Da kommt noch einer mit Raptor. Alter, als ob. Da kann ich bin endlich besterben. Ne, der Raptor ist nur... Da unten ist einer mit Tyla Coleo? Der Raptor ist unbesattelt. Diablo Legend. Äh, unbe, unbe. Der Tyla Coleo ist Diablo Legend. Ich versche sie. Alter. Der Frosch ist wieder hinter uns. Das sind halt so verschiedene Tribes, die mich angegriffen haben. Ihr müsst sagen, wenn die weg sind, weil dann fliegen wir auch. Oh Gott. Direkt neben mir ist einer. Mhhh. Mittlerweile haben wir hier wieder ein C-Wack. Alter. Der hat's nicht hingekriegt, seine Rockets so zu schießen, dass er jemanden mit zwei live killen kann. Nur ich bin halt jetzt an meinem Kack hier tot. Also ich kann jetzt halt nur spawnen. Versuchen, mich zu looten. Ja. Versuch. Oh Gott, Alter. Ja, das ist... Ich spawn direkt vor dem Sander-Nase. Wir bringen halt einen Tyla Coleo nach Hause, Christian. Der andere. Den anderen kriegen wir mit Lack nur noch. Geht doch mal auf. Du musst halt wissen, wo der Uni-Wer positioniert ist, der andere Tyla Coleo. Ja, ich such den ja gerade die ganze Zeit. Okay, also direkt in die Richtung ist nochmal jemand zu Fuß mit Rocket Launch. Für euch. Ich glaube, ich habe mich da gelaufen, oder? Der hat kein Risiko. Jetzt fighten die sich da mit dem Tyla Coleo. Gut, also die sind abgelenkt. Christian, gib uns... Hier ist einer mit Tyla Coleo. Ja, ich... Naja, lass die doch wieder weg da. Die fighten doch miteinander, RapX. Ja, ich... Geh aber weg. Wie musst du das sagen, Alter? Bist du dir sicher, dass du den Tyla bei dem Felsen abgestellt hast und nicht bei dem anderen? Nee. Ja, dann schauen wir doch gerade noch zu dem anderen kurz drüber. Oh, Leute. Hier sind einfach so viele Gegner. Das ist Christian. Hinter mir ist ein Tyla Coleo hier. Ja. Rock Golem unten. Rock Golem! Wow! Level 20. Okay, ich hab den wieder gefunden, den Tyla Coleo. Ja? Egal, was ich für dich film. Oder bist du noch hinter mir oder? Nee, wo? Hilf mir doch mal jetzt hier. Ich seh den anderen Tyla Coleo auf der Aufnungsfläche zusammen mit dem Frosch. Wo muss ich den Raketen dodgen halt? Falls er wirklich schießt. Du musst an der Ombaren Kante entlang laufen einfach. Okay. Also in die Richtung von... Ja. Ja. Wo ich hingelaufen bin und so. Ja, ich seh dich. Rechts von dir. Ja. Keine Bull aus mehr. Ich brauche jetzt da. Oh, nee. Ich fail. Hinter dem nächsten Felsen ist das. Okay. Ja, gut. Kannst auch einfach weiterlaufen. Ich weiß jetzt wo ich hin muss. Ja, vielleicht kommst du da nicht hoch. Drei Rocket-Longes an einem Flasrikator. Achso. Das war dann scheiße. Ja, deswegen glaube ich lieber mit. Bis was kommt. Obwohl, runterbleiben geht auch, aber... Der ist hier auf den Berg hoch. Der andere hat ja gar kein Leben, ja. Das wäre halt nice, wenn du dann vielleicht... Ich glaube, du bist rechts rumlaufen. Ich bin rechts rum. Andere Seite rum. Okay, da sind aber noch die Gegner, ne? Nee, nee. Habt ihr den Dings? Ja, wir haben ihn gleich. Ja, ist der noch auf dem Felsen. Ja, dann lass ihn doch. Ja, wenn der runterkommt, kann er zum Tulak Oleo waschen, wenn wir nicht da stehen. Ah ja, ich seh den. Seid ihr... Na, Christian und Dings haben wir ihn doch gleich. Ich pfeif den jetzt einfach gerade, okay? Ey, lauf lieber hoch, lauf lieber hoch. Ja, wenn ich da hochkomme. Oh nice, ich kann wieder was essen. Dein Ernst jetzt? Warten. Ich weiß, dass du mit deinem Mann schon geholfen. Ja. Ja, man, damit demonstrieren wir Stärke. Äh, noch einen Deep Loot bitte nicht töten. Geh da unten, steht er. Nee, nee, mach ich nicht. Ich hab's schon gesehen. Ich will kurz den Loop beholen, mal gucken wieviel Top er hat. Ähm, kannst du mich da unten kurz... Hast du einen Deep Loot geholfen? Du musst ihn weiter runter fallen. Ja, ich hol dich sofort ab. Kannst du mich mal um die Tore reinziehen und Dings da reinstellen? Ich hab'n... Ich hab'n Rocket Launcher gelootet mit 5 Schuss. Was? Ja, das lacht er, das war ein Päckchen. Das war LRX. Ich hab'n Rocket Launcher mit 5 Schuss. Nice. Nice. Warte mal, plus... Wasser... Pfeile... Ja. Ruste den aus und... und geh' aus dem Inventar raus. Was, du hast Wasser bekommen? Ich hab' Wasser bekommen. Alter. Hörst du vielleicht gerade schon vor? Und, äh, wer ist das Stargate an? Und dann hauen wir einfach so schnell wie möglich von hier ab. Oh, jetzt kann man B auf den machen. Ich muss mal kurz Rechner neu starten. Bleib wieder da. Ah, Pharao ist ja da. 35. Female. Female ist halt nice, aber... Abflug. Nur ne halbe Stunde. Abflug jetzt hier. Los. Go's. Rapix? Kommst du? Philokoleos da sind wir, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, wer da rechts von hier... Halbe Wüste ist hinter euch her, ne? Ja, hier ist es. Der Turokoleo da ist low, ne? Bei ihr Level ist der Rex hier? Ja, ziemlich low. Stargate wird angewählt, da steht anderen vor. Back. Ja, ich hab ihn. Tot. What? What? Not bad. Gaffi. Du die mal. Also der ist Stabion gestrackt. Instant hat kein Leben gehabt. Ich könnte Stargate halt um ihn nicht. Ist das drin? Ich weiß halt nicht nach da. Ne, das war ja Karno back. Du musst ihn gelootet haben. Ne, hab ich nicht. Ich hab ihn nicht gekillt. Doch. Nein, hab ich nicht. Doch, da stand, du hast Gaffi gekillt. Ja, Scruffi. War ein Spieler. Ja, deswegen guck mal, was drin ist. Leute, wollt ihr das Target Force disconnecten anstatt nochmal scheiße zu labern? Oder gehst du schon nach Hause? Ne. Was? Wo bist du denn jetzt gelandet? Dumpf. Gw. Ich tu vollstes Connecten. So, hier ist ein Raft. Komm schon schnell durch. Hier und schießt das Raft weg. Warte. Bist du jetzt durchs Target gegangen? Ja. Dachte ich mal angebildet. Keine Ahnung. Okay, so. Ich mach's aus und wir geh nach Hause. Hier ist ein Raft, mach mal das bitte weg. Was denn Kibble ist? Keine Ahnung, ich hab auch noch mal Kittenwerfer. So, ich hab auch noch mal Kittenwerfer. My bad. Was denn Kibble will denn haben? Weiß ich nicht. Ja, ja. Wie kann denn im Redwood eine Warft sein? Ja, die waren ja nicht im Redwood. Warum? Die sind aber irgendwo durchgelaufen, äh, von der Skybird, was der andere Spass angewählt hatte. Mann, der leckte die Vier. Ach, ich darf mal ehrlich sagen. Sorry Leute. Lass mich mal looten, Christian. Hör auf. Ja, bringt mal das Vieh bitte nach Hause. Ja, das Vieh, das ist mein gelabillter Tier Kaleo, der schon wieder fast vorläufig ist. Ja, dann ist das Vieh. Dost hat den anderen den neuen, der nicht gelabillt ist. Ja, da hat er endlich mal ne Aktion, hat endlich mal ne Hilfeaktion geklappt. Ist auch das erste Mal, glaub ich. Nein. Das war hier nicht. Was ist denn? Hast du hier anderen richtig gut schon erlebt? Ja, ja, Perle und so waren hier drin. Nein, kein Tier tot und ein Rocket Launcher. Hast du's gelohnt? Wie bitte? Hat's dir's gelohnt? Ähm, naja, wir haben... 2000 Perlen. Ja, wir haben zwei Raketenwerfer erbeutet. Sehr schön. Lass abhauen hier. Ist das Redwood-Star-Edit aus, kennt das ausmachen? Was ist denn das? Ja, da rechts ist der Giger. Ja. Ich hol's. Ja, der ist close by the base. Also, wir sind richtig. Also, Rampix beide Tierküleos hatte zwischenzeitlich 50 HP höchstens. Nice, ey. Richtig gut. Ja, Alter. Das war auf jeden Fall ne nice Aktion. Wieder absolutes Wunder. Ich hoffe aber, dass du aufgenommen hast. Ja. Nice. Ja. 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 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Musik Musik All I know Is where I go I'm going home Even though Love is dead With so many seconds What is going on Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.